Servus, wir sind hier bei einer neuen Folge von Deiner Lieblings-Yugus. Wir fahren heute aufs Domainfulfest und wir werden dort ein bisschen Party machen. So, also so wie immer. Und hier sieht man die ganze Deiner Lieblings-Yugus-Crew. Elvis, der Perluft. Wisst ihr, was wir draußen ist? So erzähl ich dir einen Moment. Arnel. Poliker, ist kein Alkoholiker. Emre. Ein Türke. Gilkan. Doch ein Türke. Chris. Er ist Christenske. Es ist mein letzter Tag in drei. Ja man, ja man, der letzte Teil. Hier ist Valje. Sie kommt auch aufs Video, obwohl sie es nicht wollte, aber sie kommt. Das ist Almir. Und das ist Semko. Unrasiert. Ja man, und wir melden uns, wenn wir ein bisschen auf die Maschine gehen. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Aber die kennen wir nicht. Das ist egal. Aber ich kann nicht. Ich hätte sogar für eine Sekunde hinterher schaffen. Wie geil wäre das gewesen. Wollt ihr auch auf unser Video? Nein. Aufs Internet? Ist das oben? Ja. Ist das oben? Ja. Ich komme nicht aufs Video. Egal, Mann. Heute, wir melden uns. Machst du mal ein Video oder was? Cool ist das, wie dieses Scheiß-Video einstellt? Nein. Hallo. 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 Wir sind jetzt Solo-Eisenfest. Wir machen neues Video für den Q. Deine Lieblings-Jugurz. Das ist Selbier. Wir kriegen uns den neuen Kanaken. Liri. Fatim. Sein Freund. Und Dominik. Dominik. Ja, Mann. Ich mache jetzt so ein Video. Und diese andere Freundin. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Aber nimm ihn mal auf. Junus? Aber egal. Ja, Mann. Das ist Özgür und das ist Junus. Özgür und Junus. Gehkan? Ja. Salam aleikim, Blan. Ja, Mann. Und wir sind gerade ohne unsere Besten angekommen. Und jetzt schauen wir mal weiter, wo die ganzen Pitschka sind. Und dann mailen wir uns wieder. Ja, Mann. Keren. Keren haben wir vergessen, Mann. Ost. Ost. Leute, wir waren gerade bei Sido. Sido ist der Beste! Ja. Und. Wir waren am Anfang, glaube ich, 12 Leute oder so. Wir haben jetzt alle verloren. Es sind nur noch Izmeta. Keren. Und Ely. Wir vermissen euch. Wo seid ihr? Ja, Mann. Wo seid ihr, Mann. Schaut, da schwimmt Rettungspolizei. Wir haben Angst, Mann. Egal, Mann. Ich hoffe leider. Wir haben eine Leiche gesehen. Ja, nein. Hörst. Ich hoffe. Wir haben so eine Hurentochter mit einer Hurenmutter. Die Tochter war ein Wahnsinn. Tochter war ein Fippen? Die Tochter war ein Finger? Mutter kommt auf einmal her. Sie will das Gleiche, Alter. Was soll das? Mutter war die erste, Mann. Das können nur Schwabos sein, Mann. Cool. Mann, jetzt schauen wir mal, wo die anderen sind. Besuchen sie jetzt. Und wenn wir sie gefunden haben. Das hat sie gerade geschrieben. Was hat Jessica geschrieben? Aha, weil ich weiß, wo das ist. Mann, wo ist die Donau? Ah, Mann. Das war's, Mann. Das war's, Mann. Das war aber super. Das war's, Mann. Das war's, Mann. Chris und Semel sind nach Hause gefahren. Warum? Und diese drei Bühne, die drei verschwunden hatten und sind da mit. Mann, Alter. Das ist ja zehnmal später, Mann. Chris und Semel fahren nach Hause. Alle sind nach Hause gefahren, Alter. Alle sind nach Hause gefahren, Alter. Alle sind nach Hause gefahren, Alter. Und auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Ali. Wir bringen alle nach Hause und so. Und dann geht's. Ich, ich und Arne bringen alle nach Hause und so. Und er ist auch noch nicht. Ja, klar. Tja, ich wollte fast eine Mutter ficken, Alter. Nummer eins. Morgen. Morgen. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt zum Ali. Wir kommen ein bisschen zu los. Und machen mit dem Ali Party. Morgen. Eine Mutter, die sich doch hört. Was geht da, Alter? Weißt du? Ja, Mann, ey. Du hast recht, Mann. Jetzt hör auf die ganze Zeit. Morgen. Mann, pass auf jetzt. Privatgespräch. Privatgespräch. Naja, mir wurscht. Wir gehen jetzt zum Ali. Wir machen jetzt Partei. Und wir machen jetzt Partei. Wir machen jetzt Partei, ja. Und wir machen jetzt Partei, ja. Wenn wir bei Walli sind, dann sind sie da. Cut, was? Ja, Leute, wir melden uns zurück. Wir sind gerade irgendwo in der 70. Bezirk. Es ist nicht oft zu schreien, Mann. Wir sind gerade irgendwo in der Yugo-Bar. Haben wir auf dem Weg gefunden. Dann chillen wir dort. Trinken ein paar Bierchen. Und dann gehen wir zu Walli. Und dort schauen wir mal. Machen wir ein bisschen Party. Und dann schauen wir weiter. Die Elpis hat leider nur noch 14% Baku. Und wahrscheinlich wird das das letzte Video sein. Das wird halt so ein kurzes Video. Und wir melden uns zurück, Mann. Hei. Jetzt. Ist gut. Sie sind geil, dass das nicht das unterkriegen wird. Ich meine, das war schon mal. Das ist halt genau noch einmal. Okay. Ich habe ein Zuhause. Schau doch mal. Du bist noch einmal jung. Wir trinken noch Elvi und ich wissen, was uns verbindet. Ich weiß, wo ich rede. Ich weiß, wo ich rede. Ich weiß, wo ich rede. Gott sicher. Erst ohne Scheiß. Gar auf meine Füße. Die sind so geil. Ich dachte, ich halte. Ja, weiß das auch nicht alleine. Schau, okay. Meine Hand ist gelb. Jetzt sagen wir noch, dass es nicht so geil geht. Ich trinke auf heute. Ja. Ich trinke auf dich, Mann. Ich trinke auf dich, Mann. Ich trinke auf das voll. Ich will das immer noch dran haben. Kann sie jetzt nicht unterreben? Dankeschön. Ich weiß nicht. Dann bin ich noch mal bestimmt so eins, Lachst du bei mir weiter? Ja Warte bitte Gehen wir dann los? Ich gehe mal den raken